Hier ist auch Catchweight, 93 Kilo. Ivan Djindic mit 91,7, wunderbaren Limit, 91.7 Kilogramms. Und sein Gegner kommt aus Norwegen vom Wasserhahn Boxing. Wir grüßen Sie ganz herzlich, Kai Robin Hafner. 92,2 Kilogramm, 92.2 Kilogramms für Kai Robin Hafner, also auch im Limit mit dem Face-to-Face. Und wir kommen zum achten Tag des Abends.